Moin Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Aluminium Part. Letzten Part haben wir ein Spiel gegen Olli gemacht, was ich auch noch gewinnen konnte, glücklicherweise. Ähm, ja, diesmal wieder ohne Saisons. Hat sich, ja, ich hab, glaub ich, auch nicht wirklich die letzten zwei Tage nicht so richtig auch nicht ge- so richtig auch nicht, genau, nicht so richtig gezockt. Oder kaum. Bis gar nicht sogar. Also, Fitness stimmt, alles ist noch völlig okay. Und legen wir direkt los, ja. Lassen 4-1-2-1-2 erstmal wieder, ist ganz cool, schockt so. Und, oh, mein Spielertechnisch hat sich, wie gesagt, dann auch nichts verändert. Oh, zwei Alatenten, ja, okay. Ja, ich hoffe, es ist jetzt nicht dumm gewesen. 79er, ja, okay. Ah, okay, Lukaku, De Bruyne, ah, Verlaine, der auch, Gebst, das ist auch ganz gut. Sanja, okay. Da oben noch Miralas, rechts. Ich hoffe, es wird mir nicht zum Verhängnis hier, dass ich jetzt mit zwei, obwohl er war, er ist ja wieder auf drei gesprungen. Also, es ist, nee, es ist, denke ich, okay. Ja, gestern kam mir das Battlefield 4-Video. Bam. Och, wie der einfach mal drin landet. Das ging schnell. Das Battlefield 4-Video und Open Beta, wo ich mal schön gefällt habe. Aber trotzdem bockt es schon und die Grafik wird sich auch noch, äh, wie man vielleicht in Trailern sehen kann. Au, das war dumm von mir, aber Adler bleib. Oh, Glück, guck. Wie man in Trailern sieht, zum Beispiel über Werbung. Die schalten auch, äh, EA schaltet jetzt auch Werbung, wo dann der Trailer auch zu sehen ist. Und da wird, sagt man, wird dann auch gesagt, ja, äh, das Spiel, das Gameplay ist noch, äh, ja, in Arbeit quasi. Also, ist noch nicht final. Und, das ist eine Beta und die Grafik ist auch noch nicht, entspricht auch noch nicht der, die, dem, ja, im, der kommenden Vollversion. Ja, also, wird noch besser, sag ich mal so. War aber schon gar nicht so schlecht oder ist gar nicht so schlecht in der Open Beta. Und, ich freue mich auf jeden Fall wieder, weil ich gerne, wow, was mache ich da? Auch wie ich da in dem Video gesagt habe, schicken und vielleicht mal nur ein paar, mit der Ränze. Oh, der soll auf meinen Zugritsch. Der, ah, er arbeitet sich den Ball aber und, oh, schiebt ihn fast noch rein, schade. Und, wie ihr vielleicht hört, habe ich hier jetzt auch ein bisschen mal lauter gestellt, also mein Mikro ja lauter gelassen, wie in dem Battlefield Part. Scheiße, es war kein App, da jetzt. Nein. Oh, Glückwunsch. Oh, da passe ich wieder zurück. Oh, sauber von Adler. Ganz gut reingehen. Und, möchte ich auch gern wieder die Story, die Kampagne quasi, zu erkennen. Und, es wird jetzt auch ein neues LP kommen. Ich denke mal, ab nächste Woche hoffentlich. Ähm, dazu, ja, gibt's dann bald mehr. Also, gern noch unsere Facebook-Seite. Ja, ein Gefällt mir da lassen, sag ich mal. Denn, da poste ich immer jeden Scheiß und da kann man's einfach besser sehen, als in einem Balletin in YouTube. Nicht so schlecht. Und, ja, da bekommt ihr dann auch die Infos. Also, ab nächster Woche wahrscheinlich ein neues Let's-Pack. Übrigens, also, es wird nicht so lange dauern. Aber, ist auf jeden Fall cool. Nein! Also, ich geb' euch mal einen Tipp. Oh, Glückwunsch. Das ist ein Spiel, wo man ab und zu, sag ich mal, im Grunde auch irgendwo Rätsel lösen muss. Kleinere. Also, zumindest sich ein bisschen überlegen muss, so. Aber, ich sag schon mal so, für jetzt ist es nicht Portal. Könnt man ja jetzt denken, dass es im Portal ist. Aber, nee. Auch ein geiles Game, aber es ist es jetzt nicht. Ist schon etwas älter und, ja. Das lass ich einfach mal so stehen. Oh, verdammt. Oh. Oh, Müller geht vorbei. Oh. Das frühe Tor war ja gut, das kam ja schnell. Aber jetzt, irgendwie geht's nicht so gut voran. Aber, Thomas. Thomas mit einem schönen Volley. Okay, jetzt Mkhitaryan mit dem Kopfball, aber der schnappte sich den ganz schnell. Von den Lieren sieht man halt noch irgendwie gar nichts. Jetzt nur eine Flanke. Okay. Aber, naja. Das kann man nicht direkt Flanken nennen, ja. Hm. Sollte eine werden, so. Schön. Müller kriegt den Pass noch. Man zugeknimmt den wieder. Oh. Komm, komm, komm. Was? Der hätte doch drin sein müssen. Kann der den ja nicht machen. Oh. Erst wollte ich nach unten springen. Der dachte, ja. Macht er bestimmt nach unten. Äh, oben. Dann kommen wir doch nach unten. Adler. Adler. Ach, scheiße. Im Rall ist mit dem Außenriss hier schön gemacht. Beim Ticke fährt er hoch. Jetzt hier mit der Brechstange. Und da kam er ja nicht schnell genug nach. Die Idee war gar nicht mehr so schlecht. Jensen macht da ein bisschen, betreibt ein bisschen gefälliges Spiel. Zack, Elia direkt auf Mandzukic. Soll er nicht unten weitergehen. Was macht er denn da? Der Breune, ne. Ist ja ein Name. Oh, nein, ey. Fuck. Nein. Oh. 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 Die Adler noch den Schritt nach vorne macht. Den, den zum Glück, den bekommt. Oh, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, geklärt. Ich komme ja nicht wirklich voran mehr. Das war anders geplant. Der hätte besser durchlaufen müssen, wenn man zu gut. Ah. Ah. Geh doch mal einer ran. Und man zu geht schon nach vorne gehen. Du sollst stürmen. Du bist ein Stürmer. Ach, da ist er. Das war gar nicht mehr so gut. Das war Jensen. Genau. Jensen übernimmt jetzt eher so den Part. Ah. Oh, nee. Ah, mit dem Anwehen habe ich manchmal Probleme hier irgendwie. Mit dem Stick kriege ich das auch nicht vernünftig hin. Scheiße. Oh, das wäre natürlich was gewesen. Wenn der gepasst hätte, aus dieser Distanz. Ein sehr guter Versuch aus der zweiten Reihe. Der hätte unter uns. Oh Gott, ey. Also, da wäre ich sehr beschuldet gewesen. Da außen. Ja, sehr schön. Nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Ah, scheiße. Da wollte ich eigentlich viel früher schon auf Boleskowski. Boleskowski. Er kann. Ist eigentlich ein Gott. Ah. Jung, hält er ganz gut mit. Oh, Gips. Oh, das wäre es gewesen, ne? Boah. Gips ist aber auch so stark. Also, gut. Nein, ich nicht. Bleib. Was war das überhaupt? Oh Gott. Weg damit. Oh, was? Ich dachte, er war nicht mehr abseits. Also, habe ich nicht so gesehen. Oh, ganz knapp. Schade. Halbzeit ist gleich schon zu Ende. Die erste. Oh, bloß jetzt noch nicht noch ein Tor. Das ist ja. Er hat lieber noch eins Ball an. Oh, was? 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 Also, er hat schon immer sehr lächerlich abgeworfen. Aber da war ich ja wirklich komplett, komplett frei. Unten mit noch einem mitlaufenden. Und das war auch wirklich kein Abseits. Also, das ist echt übel. So krass habe ich das in mir nicht erlebt. Das ist ehrlich so lächerlich, wie der abpfeift. Tut mir leid, dass ich mich jetzt darüber auskotzen muss. Aber das ist einfach... Das kann es einfach ehrlich nicht sein. Da würde kein Schiedsrichter abhelfen. Keiner. Nicht der schlechteste Kreisklassen... Da hast du jetzt nichts gegen Kreisklassen. Stingend's aber hier, ne? Hier ist Bescheid. Oh mein Gott! Und dann... Versaufen! Versabel ich mich hier und konzentriere mich nicht. Oh, das... Damn, er hat aber reingehen müssen. Wie kann der denn nicht im Tor landen? Ich tage, er macht so eigentlich einen doch. Schön hier einfach mal zukehren mit der Hacke. Und jetzt... Oh, was macht er da denn jetzt aber mit der Hacke? Also, mit dem Außenriss eher war das. Weitergeleitet eben der Pass. Auf Elia nach außen. Aber den anderen nimmt er denn nicht gut. Den Abschluss versucht er. Man, verpiss dich! Ey! Oh! Ganz gut gemacht vom Adler hier. Ne, das ist meiner. Und der Ball frallt vor dem ab und landet immer aus. Elia. Man, so geht. Oh, nein! Da kommt er sogar noch... Arschloch. Kommt er sogar noch an, aber... Nicht gut genug, um den dann zu verarbeiten. Der Bräune. Schöne von Gustavo hier auch, wenn es ein bisschen komisch aussah. Da unten wollte ich eigentlich hin... ...passen. Scheiße, das war dumm. Mann! Es wird schneller kommen. Dann wäre da vielleicht auch was draus geworden. Oh mein Gott! Was ein Gille vorliegen. Da hätte ich vielleicht erst mal annehmen sollen. So, das war sie ja, die Chance. Ist ja durchaus da, aber... Das war kläglich. Oh! Jetzt kämpfen sie um den Ball. Mandzukic. Müller. Ach Gott! Was ist... Mann, ich bin ja... ...eindlich hier... ...dran, ein Tor zu machen, aber ich krieg's ja gerade nicht hin. Ich stelle mich da irgendwie gerade ein bisschen zu dem Mann. Na, Elia gibt ihm den Ball, rennt weg. Oh nein. Ja! Will doch mal jemand hingehen? Trinkt nichts, nur wenn der gestellt wird. Äh, äh. Ach komm! Er ist im Angriff. So, jetzt aber, Jungs. Schön gemacht von Mkhitaryan hier. Der darf's auch alleine machen. Jawoll, und man macht's auch. Aber nun, dass ich selber... ...für diesen... ...für diesen guten, äh... ...Schussantäuscher oder keine Ahnung. Dass er da so gut vorbeikommt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass er das ahnt und mich dann stellt. Aber hat er gut gemacht. Ja, hier kriegt man eben den Ball. Dachte doch nicht ehrlich jetzt, dass er damit was bezahlen kann, oder? Wahrscheinlich hat er das nur aus Versehen irgendwie gedrückt. Passiert mal. Ja, Müller-Schicken. Äh, aber... ...hat er geahnt. Oh, jetzt aufpassen. Nein. Oh. Wirf ab, schnell, weit. Scheiße. Mensch, ey. Na. Gut gemacht von Ganzen hier. Gretzstein noch ein und klärt damit die Situation. Ne, ich wollte den eigentlich auf Blazikowski durchspielen. Ey. Faul, du Penner. Gelb, hierfür gibt es. Ich bin mal auf den Schiri gespürt. Klares Foul, ergrätscht ihn so richtig abruppig, blutig. Der Schildsrichter wird dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Nein. Kack, erz, ich bin hinten übertrieben offen. Die Gitarien kommt mit nach hinten. Aber er sind klärt, das ganz so gut. Oh, 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 oh. So kann er den Ball mit leichtig. Gummels. Gut, das war wichtig. Aber ich krieg den Ball nicht raus. Geht doch. Oh, schön gemacht. Oh, schade. Der Müller weiterlaufen ist nicht so gut gemacht hier von Ganzen. Oh, Ben, verdammt. Oh. Oh, das wäre es ja nun gewesen wieder. Der Schuss war top. Besser war eigentlich nur noch die Parabel. Weg den Ball, äh, weg die. Was kann es nicht sein? Mann, nur der 80. Oh, Mann, die Kopfbülle sind ehrlich viel zu stark. Immer gegen mich sind die zu stark. Ehrlich jetzt. Aber an dieser Stelle sei es erwähnt, man hat ihn natürlich wunderbar herausgespielt, die ganze Geschichte. Und wenn du Sonnkopf bei Jack Manners, dann musst du es nutzen. Situation wurde geklärt. Sie versuchen zu stören. Wer gewinnt jetzt das? Verdammt, was war das denn? Ach, komm. Ey. Nee. Mann, ey. Jetzt müssen wir hier schnell noch einen Torball an. Das kann ja nicht sein. Wir müssen den Dreier mitnehmen. Das sind unsere drei Punkte. Oh, Gott. Zweimal gut hingegangen, aber trotzdem kriegt er ihn nicht hier raus. Das ist eine Hälfte. Nur bleib. Ja, Mann, Jansen geht mit. Ah, geht fast ins Aus hier mit dem Ball. Oh, Mann, Zuckic, vertannellt den Ball. Oh, Mkhitaryan macht das gut, holt sich den Ball wieder. Oder holt den Ball wieder. Mann, Zuckic ist da. Oh, das war dumm. Aber ich wusste nicht, wo ich den hätte hinspielen sollen. Ich hab schon Abnehmer gesucht, aber Ball wie keiner. Scheiße. Nee. Ey. Ja, Glein. Oh, 90. Komm, 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 komm. Alles nach vorne. Jetzt, Jungs, bitte. Nein, Jungs. Kein Punkt. Wir wollen den Dreier. Wir wollen drei Punkte. Ey. Nein. Oh. Anna rettet uns hier gerade noch mal. Oh, Mann, er passt nicht. Er passt einfach nicht. Wehe. Was kann es nicht sein? Es kann es einfach nicht sein. Was ist sowas einfach mal? Na, jetzt pfeift doch er ab. Ja, der kleine Hurensohn, ey. Ey, es ist unglaublich. Da macht er noch so einen Scheißlupfer rein. Schieß jetzt. Ach komm, Ecke. Wenn ich einmal jetzt mal Glück habe, ob man zu Kitschlemmel gut steht und den reinmachen kann vielleicht. Komm, komm, komm. Das ist doch nicht wahr, wie der immer abpfeift. Das ist unglaublich. Der kleine Wichser, Alter. Mann, das ist so ein... Das ist ehrlich ein riesen, riesen Bug von 4.14. Einfach wie der abpfeift. Und jetzt habe ich das Spiel mir komplett nehmen lassen, obwohl ich den so dominiert habe und ich habe mir das Spiel nehmen lassen und der hat es gekriegt. Das ist so peinlich. Eigentlich ein Punkt wäre schon zu wenig gewesen und jetzt gewinnt er sogar. Das ist so lächerlich. Na gut, das ist FIFA. Ihr wisst Bescheid. Äh, wir langen gehören auch dazu. Auch wenn es hier mal echt lächerlich wieder war. Innerhalb von 10 Minuten habe ich das Spiel aus der Hand gegeben. So ein lächerlischer Scheiß, ey. Es ist unglaublich. Gut, was wir mal machen. Egal. Ja. Das wird hier im nächsten Spiel... Werde ich mich rächen wieder. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Outrein. Peace. Jetzt schuze ich. Ich bin's. I bin's.